Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, rausfliegen und draufhauen, anzunehmen bei Rexxar im Divagardesund. An dieser Position, wie ihr seht, ist das Ausrufezeichen ein bisschen falsch platziert oder es wird noch geändert bis zum Live-Server. Ich bin hier auf dem Patch-Server, nehmen die Quest nun an, darf nun Goblin Geocopter besteigen, der steht hier gleich daneben und nun hat man zwei Fähigkeiten, Azeritkanone und Azeritbombardierung. Wirkmal die 2 und mit der 1 macht man so einen Eierschaden, 1, 1, aber ich finde mit der 2 geht es ziemlich flott. Man kann also während des Wirkens von der 2, von der Bombardierung auch die 1 benutzen, dann geht es noch schneller, wenn man das parallel macht. Und er ledigt. Die Allianztruppen sind geschwächt und unsere Krieger sind auf dem Rückweg. Kehrt zum Westwindwald zurück. Quest ist bereit zur Abgabe bei Rexxar im Divagardesund an dieser Position. Danke fürs Zuschauen. Hoffe mein Video konnte euch helfen. Ciao